Nach Kollaps. So geht es MIT den Madonna-Konzerten in Deutschland weiter. Köln, diese Nachricht schockierte die Musikwelt. Ende Juni musste Madonna, 65, aufgrund eines Zusammenbruchs in eine Klinik eingeliefert werden. Mittlerweile hat sie sich erholt und geht wieder auf Tournee. Eigentlich sollte der Startschuss für ihre The Celebration Tour am 15. Juli im kanadischen Vancouver fallen. Bei der Tournee will die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren. Am 27. Juli 1983 erschien das erste Album, Madonna, der Künstlerin, die inzwischen einer der erfolgreichsten und schillerndsten Stars aller Zeiten ist. Da nicht genau bekannt war, wie es um ihre Gesundheit steht, wurden die Termine für ihre Auftritte in Nordamerika verschoben. Mittlerweile ist auch klar, wann die Konzerte nachgeholt werden. Doch bevor es so weit ist, wird die »Like a Virgin« Interpretin erstmal in Europa auftreten. Denn nun ist auch bekannt, wie es mit den Auftritten in Deutschland weitergeht. Und es gibt gute Nachrichten für alle Madonna-Fans. Die Sängerin, die heute ihren 65. Geburtstag feiert, wolle, wie vorgesehen, am 15. und 16. November in Köln auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mit. Madonna-Konzerte in Deutschland ausverkauft. Auch an den beiden Konzertterminen in Berlin ändere sich nichts. Beide Auftritte finden wie geplant am 28. und 29. November statt. Der Start der Tour in Europa ist für Oktober geplant. Los geht es in der O2 Arena, in London am 14. Oktober. Die Shows in der Kölner Lanxess Arena, am 15. November und in der Mercedes-Benz Arena, in Berlin am 28. November waren sofort ausverkauft. Inzwischen sind dafür zwar wieder VIP-Packages verfügbar. Allerdings muss man dafür tief in die Tasche greifen. Die Preise liegen bei 295 Euro Berlin bzw. 538 Euro Köln pro Ticket. Mittlerweile sind auch die jeweils zweiten Aufritte in den beiden deutschen Städten ausverkauft. Auch dort sind nur noch VIP-Packages verfügbar.